Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 Eurotrack Simulator und herzlich willkommen auch zu einem neuen Aufnahmestream. Wir werden heute, wir haben gerade eben schon mal ein bisschen im Stream geguckt, was es gibt, ein bisschen hier in der Ecke bleiben, zumindest für unseren ersten Auftrag und Büropapier von Jerusalem nach Beirut transportieren. Das sind schlanke 388 Kilometer, aber eine ganz interessante Strecke hier in diesem Bereich und ich glaube, wir fahren kurz auch nach Jordanien, dann wahrscheinlich Syrien und Libanon. Spannend. Und obwohl Arabian Food das gerne hätte, auch die brauchen sicherlich Büropapier, wird das jetzt mal unser neues Ziel sein. Ich begrüße den Live-Chat, ich begrüße Celtic, ich begrüße Guido, ich begrüße Michael, ich begrüße den Stegi und ich begrüße auch den Knarre. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele, viele bekannte Namen. Sehr, sehr cool. Also, als Navi-Ziel einstellen. Das habe ich natürlich wie immer mal nicht geguckt. Okay, Pause in acht Stunden, das passt. Und dann sind wir eigentlich ready to go. Ich gucke jetzt noch mal, wartet mal ganz kurz. Jetzt der Sound-Motor geht erst mal an. Zack, zack, zack. Wo ist mein Euro-Truck-Profil? Sekunde, Sekunde. Bin gleich soweit. So. Ist vielleicht ein bisschen laut, ich lasse es erst mal so. Könnt ihr gerne noch mal dann reinschreiben. Und wir wechseln rein und gucken, wo wir hin müssen. 19 Kilometer, 21 Minuten. Dann fahren wir erst mal vom Hof. Ah, bin ich wieder auf den Bock. Ehrlich. So, hier müssen wir runter. Ah, ich erinnere mich. Ach, richtig. Ich erinnere mich daran, dass unser LKW kaputt ist, ne? Ja, ja. Ist das jetzt hier die neue Fahrphysik auf Schotterstraßen? Ah, fährt sich irgendwie merkwürdig, um ehrlich zu sein. Fährt sich mehr wie so ein richtiger Waldweg. Das war ja eigentlich eine asphaltierte Straße. Merkwürdig. Na gut. Zweite Ausfahrt wird gemacht. Und los geht's. So, ja, dann schauen wir mal, dass wir uns den Auftrag erst mal holen. Und dann sehen wir zu, dass wir loskommen. Ich habe gute Laune. Wie geht's euch? Ich hoffe, bei euch ist auch alles in Ordnung. Was soll ich euch sagen? Heute wird tatsächlich mal nicht gegrillt. So, hier bin ich mal lieber... Die sehen sehr vertrauenswürdig aus, die Kollegen. Haha. Ein Hund. Oh. Wer einen Hund hat, kann nicht böse sein. Und da sind wir in Israel. Fuck. So, noch drei Kilometer. Wie schnell darf ich hier fahren? 50, das passt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. War das jetzt ein Taxi oder die Polizei? Das habe ich jetzt nicht richtig gesehen. Was macht unser Sprit? Gut, vollgetankt Simpfer. Ampel ist aus. Können wir hier einfach so abbiegen. Pizza aus. Nice. Ach, noch ein ganzes Stück geradeaus. Kein Grillen ist ja mal was Neues. Ja. Immer mal was Neues, Guido. Das stimmt. Tja, wir müssten uns eigentlich mal in der Werkstatt suchen, ne? Das versaubeutelt uns aber... ...wieder die ganze Statistik. Wenn ich jetzt den LKW repariere. So, G&T. Da fällt mir ein, ich wollte doch immer noch die Realistic Companies installieren. Muss ich unbedingt mal machen. Das schreibe ich mir mal auf, damit ich das nicht wieder vergesse. Und... Realistic... ...companies. So. Also. Enter. Louis ist auch da. Morgen. Jörg ist auch da. Grüß dich, Jörg. Hallo. Morgen schreibt da. Bist gerade aufgestanden. Büropapier nach Beirut. Läuft ab in zwei Stunden. Okay, der ist relativ knapp. Ja, aber... ...wären wir keine Fähre fahren. Ich glaube, ich bin mir inzwischen tatsächlich sicher, dass die Fähre immer dazu führt, dass wir so knapp nur ankommen. Dann... Lass uns loslegen. Passt das. Schluck Kaffee. Wo müssen wir hin? Hinten. Oh. Na schön wäre es. Wieder mal Dank Kinder seit frühmorgens auf den Beinen. Ja. Ich kenne das leider. Alles über sechs ist sozusagen Urlaub. Keltik schreibt, er kann die Mekinor fliegen. Keltik. Glückwunsch. Sehr cool. Damit ändert sich das ganze Mining. Nochmal ein kleines Stückchen. Ja. Und dann sehen wir zu, dass wir hier reinkommen. T wie T, oder? Zeit zu gehen. Diese Sprüche. Zeit zu gehen. Ja. Wird auf Eis spezialisiert. Oh, sehr gut. Eis Mining lohnt sich sehr. Ist zu Unrecht verschrien. Das ist etwas, wo man sehr, sehr gut Geld mitmachen kann. Ja. Alter, die Bremsen, die Neuen, die finde ich wirklich klasse. Wir gucken mal. Fünf Stunden 31. Das heißt, wir müssen keine Pause machen. Wir können durchfahren. Das passt auf jeden Fall. Und wir müssen hier rechts abbiegen. Dafür stehe ich nicht so gut. Aber der Kollege wird sicherlich kurz warten. Ja, sind wir hier doch ganz gut rausgekommen. Sehr schön. So, hier können wir was entdecken. Rechts. Was ist das hier? Eine Arbeitsagentur? Ja. Eine Arbeitsagentur. Eine Arbeitsagentur. Sehr schön. Stege schreibt, meine Tochter ist jetzt aus dem Haus. Ja, das geht wahrscheinlich tatsächlich schneller, als man immer glaubt, ne? Also, ich genieße die Zeit auch sehr gerade. Den Kids. Aber es ist natürlich auch irgendwo anstrengend. Zwischendurch. Hören wir mal wieder. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Genau. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Machen wir hier die Maler-Tour durch die Altstadt. Hier geht es nach Tel Aviv. Und zur Toten Mäher. Wie cool ist das denn? Ach so, hier ist zwischen zwei Häusern ist die Auffahrt auf die Autobahn. Alles klar. Also, ich muss sagen, ich müsste mal hell werden. Ich möchte die Gegend hier mal ein bisschen näher sehen. So richtig kapiert, wo wir hier sind, habe ich immer noch nicht. Muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist natürlich hier eine ganz andere Ecke. So, also ist jetzt Farbe. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Slow for Inspection. Okay, okay, okay. Und da sind wir im Westjordanland. Hammer. Also jetzt machen wir wirklich mal ein paar neue Länder. Sehr cool. Louis schreibt, bin heute nicht lange dabei. Meine Mutter kommt irgendwann ab 14 Uhr zu Besuch aus München. Sehr cool, Louis. Ich hoffe, du hast da ein bisschen aufgeräumt und Kaffee-Kuchen vorbereitet. Und deine Mutter den langen Weg auf sich nimmt, um dich zu besuchen. Ich hoffe, du freust dich. Wir dürfen 80 fahren. Tempomat geht rein. 80 wird eingestellt. Dann sehen wir dazu, dass wir ein paar Meter machen hier. Auf der Autobahn. 372 Kilometer to go. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es mal langsam hell wird. So, ist das ein Blitzer? Nee, das ist nur ein Schild. Park-Schild. Sea-Level. Okay. Warum stand das da? Keltig schreibt, ja, die Ecke ist spannender als Deutschland oder angrenzende Länder. Ja. Ich bin ja auch sehr gerne bei uns in Ecke und ich stelle mir dann immer die Frage, wie ist das wohl, wenn man im echten Leben mit so einem Truck und ist dann hier irgendwo tausende Kilometer entfernt. Ob man das dann so richtig genießen kann oder überlegt man dann nur, wie man schnellstmöglichst wieder zurückkommt. Das stelle ich mir spannend vor. Jetzt hier im Spiel ist ja nicht schlimm, aber da ist man ja erstmal mit seinem LKW... Oh, minus 300 Meter. Cool. Wir sind hier unter... Unter... Ja, 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 genau. Wir sind hier unter Meereslevel. Deswegen stand da auch Sea-Level. Und dann sind wir tiefer gefahren. Sehr cool. Jo. Okay, so. Guckt euch, das waren auch die Weiten hier, ne? Das ist richtig cool gemacht. So, ein bisschen langsamer fahren, dass wir hier mal auf die Schilder gucken können. King Hussein Bridge Border Crossing. Okay. 50. Ah, da ist die Grenze. Biege nach rechts ab. Ja. Bist er mich vor? Ja. Ich gucke gleich wieder in den Chat. Ich will hier nur einmal... Ich habe das Gefühl, hier wird scharf geschossen, wenn ich jetzt hier Fehler mache. Ja, hier können wir. Inspection, Inspection. Auch das mit dem Hund ist hier, ne? Ist ja nicht schlimm. Allzeit. Und los. Prüfende Papiere. Stegen schreiben, häufig kann man die Kinder an die Wand klatschen. Aber was wäre, wenn sie nicht da wären? Ja. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, Stegi. Will ich auf gar keinen Fall drauf verzichten. Hast du absolut recht. Kido schreibt, wir werden mir jetzt auch mal wieder ein neues Profil bei ETS erstellen. Warum? Was ist mit deinem Profil? Kido, kannst du nicht einfach weiterspielen? Ah, hier ist nur 30. Wir sind jetzt hier in so einem Niemandsland zwischen den Ländern. Jetzt sind wir in Jordanien. Absolute Oberhammer. Welcome to the Hashimiti Kingdom of Jordan. Okay, wir können auch hier lang. Äh, zack. Und nochmal prüfen. Ja, Freude hält sich in Grenzen, haha. Jetzt ist ja alles klar. Okay, kapiert, Louis. Hab alles kapiert. Fahrzeugfehlfunktion. Wir müssen den unbedingt reparieren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dein Laster hier in Jordanien, also nichts gegen Jordanien, aber weit weg von dem nächsten Mercedes-Händler, könnte ich mir vorstellen, hier irgendwie den Geist aufgibt. Was haben wir denn für eine Außentemperatur? Hab ich denn das nochmal gesehen? Ah, 22 Grad, da steht's. 22 Grad, nachts um vier, wow. So, noch drei Stunden, 26. Mach ich. Richtung Armahnen. Jetzt müsste es doch aber wirklich langsam mal heller werden. So, 90. Unglaublich. Unglaublich. 90, hier mit, das kriegt doch hier wieder nicht hin, 90 zu fahren hier. Guckt euch mal an, was das hier für Strafen sind. Ähm, doch schon, will aber nochmal von Anfang an mit etwas mehr Mods spielen waren, bis ich jetzt nur Testläufe. Ah, alles klar. Video. Ja, cool. Dann ganz viel Spaß. Gerade die Anfänge sind ja immer das schönste in Spielen. Ihr kennt mich, ja? ETC Bear, hi, grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Wie war dein Sonntag bisher? Wir fahren Büropapier von Jerusalem nach Beirut in den Libanon. Ah, Kältik hat schon geantwortet. Sehr schön. Und an alle, die im Chat sind, mal wieder der standardmäßige Aufruf und die bitte, wenn ihr einen Daumen nach oben dalassen könntet, dann wäre das sehr, 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 sehr lieb. Würde mich freuen und den Kanal natürlich kostenlos unterstützen. Vielen Dank. Kältik-Scheibe-Likes nicht vergessen. Kältik, besser Mann. Okay. Wir hoffen, dass der LKW durchhält hier die Serpentinen, beziehungsweise zumindest die Berge hier hoch. Da vorne ist Amman. Jetzt wird es auch langsam etwas heller. Guckt euch da mal die Sterne in dem Spiegel an bei uns. Unten in dem Spiegel. So, und wir fahren nicht nach Amman rein. Wir biegen vorher links ab. Okay, okay, okay. Bleib halt stehen, Junge. Gut. So, von einer Autobahn jetzt auf die nächste. Das ist schon mal ganz gut. Noch 284 Kilometer. Hier ist auf jeden Fall eine echt geniale Gegend. Hut ab für das ganze Thema hier. Das ist ja alles komplett auf den ProMods aufgebaut. Hier dürfen wir auch 100 fahren. Guckt euch das mal. Habt ihr das schon mal gesehen? 100? Na gut. Mal gucken, was der Bock hergibt. Ich glaube, bei 90 habe ich ihn abgeriegelt. Hier kommen wir voran. Wie ist denn oben? 263. 62. Alle zwei Sekunden. Ein Kilometer hier gerade. Ja, und auch noch Schwierigkeitsgrad etwas höher drehen mit eigener Firma, LKW und Kredit und auch die Mods mit realistischen Preisen und Kosten. Ja, schön schwer macht am meisten Spaß. Das stimmt. Oh Leute, hier mit 100 in der Kurve. Achso, und hier ist jetzt 80. Okay. Jetzt ist hier wieder 100. Das wird übel enden für mich. Ich sehe es schon. So, ist es hier? Gut, das Geräusch war auch nicht gut, ne? Oh, oh, oh. Leute, wir müssen unseren LKW reparieren. Ihr könnt gerne beide Werbung machen. Wenn wir jetzt in der Kneipe wären, würde ich euch rausschicken, ein paar Leute reinbringen. Aber das geht ja hier leider nicht. So, wir fahren wieder rechts rüber. 100, so schnell fährt mein LKW gar nicht. Ne, wollte ich, der hier auch nicht. Der fährt nur 90. So. Ach, was hier sind diese Linksausfahrten? Ja, 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 ja. Das habe ich... Okay, er fährt erstmal rückwärts auf der Autobahn. Aber das gibt es, glaube ich, in Spanien auch ab und zu. So eine Linksabfahrten. Das ist ganz irre. Oh, jetzt wird es langsam hell. Sehr schön. Dieser LKW macht ganz merkwürdige Geräusche. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bitte links halten. Ja, Werkstatt ist Pflicht. Ich weiß, Guido. Müssen wir auch nach dem Auftrag hier machen. So, sie hat doch gerade irgendwas gesagt. Von wegen... Links halten, ne? Genau. Syrische Grenze. Ja, Syrien hatten wir gesagt, müssen wir. Hier ist Blaulicht. Aber nur ein liegen gebliebenes Fahrzeug. Fachmännisch abgesperrt von der Gendarmerie. Und jetzt guckt euch den Sonnenaufgang an. Ruide. Einfach die Mucke lauter, dann höre ich das nicht mehr. Ja, das ist richtig. Wow, was ne Ecke. Was ne Ecke hier. Und diese 1a Premium Unterhaltung findet ihr nur hier bei Mr. McCracken auf dem Kanal. Und bei allen anderen, die ETS 2 spielen. Und bei mir ist immer noch die latente Angst dabei. Ich könnte irgendwas richtig Dummes machen. So, tanken müssen wir nicht. Riesen Tankstelle hier. Ja, cool. So, das sieht wieder aus wie eine Grenzstation. Ich fahre mal langsamer. Wir gehen rein. So, LKW rechts. So viel ist schon mal vernünftig ausgeschildert. Jo. Rechts. Jo. Was ist denn das für ein Overlay, das da oben, da wo Gang und Höchstgeschwindigkeit eingezeigt wird. Das nennt sich YARA. Y-A-R-A. Abkürzung für Yet Another Route Advisor. Und zum Hinweis, es funktioniert alles bis auf die Tankanzeige jetzt mit der neuen Version 1.5. Ich habe da noch kein Update gesehen. Funktioniert alles wunderbar, nur ganz oben, ganz links, die Tankanzeige, die funktioniert seit dem Update von ETS nicht mehr. Hier ist, ähm, gibt's im Steam Workshop. Die Mod. Goodbye, sagen sie. Oh, hier stehen irgendwelche Fässer rum. Und ein Panzer. Hallo. Klar, kein Problem. So, wir sind in... Das ist Rien. Wer kennt's nicht? So, wir müssen wieder rechts rüber. Aber klar doch. Sehr gerne, ATC-Bear. Wie gesagt, kannst du direkt im Steam Workshop... Das ist ja wirklich easy. Renswandrolle zu Syrien. Nehme ich doch nochmal einen Schluck Kaffee. So. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Danke, danke. Dann letztens eine Reportage drüber gesehen. Äh, Pässe, also wie... Zu wie vielen Ländern man mit welchem Pass Zugang hat. Ich glaube, deutscher Pass ist irgendwie... Äh, war auf jeden Fall in den Top 5, meine ich. Irgendwie, ähm, Kanada ist, glaube ich, der Pass. Mit den meisten. Irgendwie über 190 Länder Zutritt, visa-freier Zutritt. Oder Zutrittserlaubnis generelle. Und dann war Japan, glaube ich, relativ weit oben mit. Ähm, und Deutsche auch irgendwie in den Top 5. Mit über 190 Ländern, wo wir mit einem deutschen Pass hinkommen. Und dann wurde das immer weniger. Und dann gab's nachher dann so Länder wie... Ich glaube, so ein syrischer Pass. Da hast du dann, keine Ahnung, nur so 40 Länder oder so, in die du dann einfach so rein darfst. Das war schon relativ beeindruckend. So, Checkpoint. Ey, das sind... Astreiner Einschusslöcher, ne? Alter Verwalter. Ich glaube, hier müssen wir mal ein bisschen langsamer durchfahren. Hier ist bestimmt viel zu entdecken. Und ich würde die Chance mal nutzen und die YouTube-Folge einmal beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir weiterkommen hier durch Syrien und nachher in den Libanon, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar freuen. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Musik